Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 16. Oktober 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Tag 600 des russisch-ukrainischen Krieges. Wir starten wieder an der Saporizhia-Frontlinie. Heute Mittag ist der Okkupationsabgeordnete der Saporizhia Oblast Ragozyn erneut alarmiert. Am Abschnitt Verbovinova-Prakopivka sei die Ukraine angeblich mit Kräften des 10. Armeekorps in die Offensive gegangen. Dabei werden laut seinen Aussagen Teile der 82. Luftsturmbrigade, der 71. Jägerbrigade und der 118. Mechanisierten Brigade eingesetzt. Russische Militärs vor Ort melden allerdings keine wesentliche Intensivierung der Kämpfe. Ukrainische Quellen halten sich wie gewohnt zurück. Auch meine Quellen können heute keinen größeren ukrainischen Angriff bestätigen. Der Okkupationsvize-Gouverneur der Saporizhia Oblast Ragov spricht von einer Umgruppierung auf der ukrainischen Seite mit dem Ziel, wieder aktive Angriffe an der gesamten Frontlinie zu unternehmen. Heute hat laut seinen Aussagen die russische Seite lediglich zwei ukrainische Angriffe am Abschnitt Verbov abgewährt. Die ukrainische Seite spricht von einem erfolglosen russischen Angriff in Richtung des Dorfes Robortene. Der Kampf um die Initiative im Süden geht also weiter und es scheint, als hätte die ukrainische nicht vor, diese an die russische Seite zu übergeben. Wichtig anzumerken ist an der Stelle, dass es an diesem Frontabschnitt aktuell zu Starkregen kommt. Das erschwert die Arbeit beider Seiten, sowohl am Boden als auch in der Luft. Damit verlassen wir den Süden in Richtung Donbass. Ein ukrainischer Militärangehöriger spricht von einer erfreulichen Nachricht vom Abschnitt Vuchledar. Das ist der südliche Frontabschnitt der Donetsk Oblast. Er will allerdings noch keine Details nennen. In den vergangenen Wochen war es hier relativ ruhig. Vereinzelnd unternahm eine der beiden Seiten Angriffe. Allerdings nichts von größerer Bedeutung. Ein russischer Militärblogger von diesem Abschnitt meldet wieder ukrainische Aktivität hinter der Frontlinie. Allerdings vermutet er, dass die ukrainische Seite sich hier lediglich auf kommende russische Angriffe vorbereitet. Gegeben der aktuellen Situation im Donbass ist dies auch als wahrscheinlich zu bewerten. Westlich der Stadt Donetsk hat die Angriffsintensität der russischen Seite ein Stück weit abgenommen. Zumindest zum heutigen Tag. Laut einem russischen Blogger sehen wir im Abschnitt der VDFG aktuell eine operative Pause. Was wir gegeben der Aktivität auch bestätigen können. Lediglich die Artillerie und Luftwaffe ist vereinzelt aktiv. Die russische Seite bereitet sich hier für weitere Angriffe vor. Das bestätigen Quellen auf beiden Seiten. Der soeben angesprochene russische Blogger behauptet, dass wir an diesem Abschnitt erst den Anfang sehen. Der größte Teil der Schlacht um Abtivka stehen noch bevor. Wie gesagt, an diesem Abschnitt geht es heute tatsächlich etwas ruhiger zu. Lokal sehen wir aber dennoch russische Sturmversuche. Das betrifft hauptsächlich die Höhe 235 und das Dorf Stebove. Hier gibt es vereinzelt noch russische Angriffsversuche. Vom Umfang her sind diese allerdings nicht mehr so groß wie die Angriffe in den vergangenen Tagen. Ein russischer Militärangehöriger von diesem Abschnitt klagt über die aktuelle Situation. Die Offensive stagniert. Die Ukraine greift die aktuellen Positionen aktiv mit FPV-Drohnen, Granaten und auch Streumunition an. Russischen Angriffen begegnet die Ukraine sofort mit schwerem Feuer. Ein Überraschungseffekt an diesem Frontabschnitt ist nicht gelungen. Und das wird die Schlacht um Abtivka natürlich deutlich erschweren. Ukrainische Quellen sprechen vom Abschuss eines Su-25-Kampfflugzeugs, der russischen Luftwaffe. Der ukrainische Generalstab bestätigt dies. Die russische Seite kommentiert das allerdings nicht weiter. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen drei solcher Flugzeuge an diesem Abschnitt abgeschossen, so der ukrainische Generalstab. Ein russischer Militärblogger behauptete, dass der Abschuss einer dieser drei genannten Flugzeuge eine Falschmeldung sei. Die anderen zwei kommentierte er allerdings nicht. Neben Abtivka war die russische Seite auch in den Regionen Perwomaiske, Krasnohorovka und Marienka aktiv. Dort wurden ebenfalls keine wesentlichen Veränderungen an der Frontlinie registriert. Damit geht es weiter an den Abschnitt Bachmut. Heute ist die Ukraine an der südlichen Flanke wieder etwas aktiver. Die Bemühungen werden hauptsächlich dem Dorf Kurdyumovka gewidmet, wo die russische Seite noch wichtige Höhen kontrolliert. Drohnenaufnahmen zeigen mechanisierte Kräfte der ukrainischen Streitkraft, die russische Positionen entlang der Eisenbahnlinie angreifen und dabei unter schwerem Artilleriefeuer stehen. Es kam zu Kämpfen an genau diesem Abschnitt. Als Folge dessen wurde die Graue Zone ein Stück erweitert, wobei konkret in etwa dieser Bereich von der Roten in die Graue Zone fällt. Bestätigte ukrainische Erfolge können wir zum heutigen Abend allerdings nicht identifizieren. Etwas nördlicher im Abschnitt, Klischivka-Andrivka, erzielt die Ukraine allerdings weiter Erfolge. Das behauptet heute ein russischer Militärblogger. Gegeben dessen muss die russische Seite nun eine Verteidigungslinie an der T0513-Straße errichten. Das ist die Straßenverbindung zwischen Bachmut und Gorlovka. Laut einem anderen russischen Militärblogger konzentriert sich die Ukraine nur noch auf die südliche Flanke, in der Hoffnung auf einen wesentlichen Vorstoß. Erfolg räumt er ihnen hinter der Eisenbahnlinie nicht ein. Es kommt weiter zu Stellungskämpfen. Zeitgleich kritisiert der russische Militärblogger die mangelhafte Kommunikation seiner Einheiten. So kommt es häufig dazu, dass seine Seite Angriffe ohne Artillerieunterstützung unternimmt und dabei sehr hohe Verluste erleidet. Auch das Gegenbatteriefeuer wird weiter kritisiert. Insgesamt befinden sich seine Truppen an der südlichen Flanke in einer äußerst schwierigen Situation. Der gleiche Militärblogger der russischen Seite nimmt sich auch die Zeit, den russischen General Szyzewoy in einem vulgären Ton zu kritisieren. Er wirft ihm vor, allein im September 1500 Mann getötet zu haben. Das alles am Abschnitt Bachmut. Er spricht von der regelmäßigen Praktik, Verwundete an die vordersten Positionen zu schicken. Das alles, weil angeblich das Personal ausgeht. Er ist wütend, dass diese Praktiken nicht einmal Erfolge gebracht haben. Er ist dabei nicht der einzige russische Militärangehörige, der das Kommando an der südlichen Flanke Bachmuts kritisiert. An der nördlichen Flanke hat sich die Intensität soweit beruhigt. Lediglich um Berchivka sehen wir vereinzelt russische Angriffe, allerdings erstmal ohne Erfolg. Zum Abschluss springen wir in den Norden. Schwere Kämpfe werden auch dort gemeldet. Die russische Seite greift aktuell an vier Abschnitten verstärkt an. Das sind die Abschnitte Makijivka, Nowoyehorivka, Orlanske und Szynkivka. Beide Seiten melden Veränderungen an der Frontlinie, die wir zum heutigen Abend noch nicht genau prüfen können. Daher werden wir uns hier nochmal 24 Stunden gedulden müssen und morgen nochmal darauf zurückkommen. Die ukrainische Seite zeigt den Abschuss eines russischen Kampfhubschraubers in der Region Ruhansk. Der ukrainische Generalstab bestätigte diesen Abschuss. In der vergangenen Nacht unternahm die russische Streitkraft erneut einen Luftangriff. Es wurden fünf Marschlugkörper des Typs H-59, zwölf Angriffsdrohnen des Typs Schachit-136 und eine ballistische Rakete des Typs Iskander-M eingesetzt. Am schwersten angegriffen wurde dabei die Stadt Myrchorod in der Region Boldava. Dort befindet sich einer der größten Militärflugplätze in der gesamten Ukraine. Ein Zuschauer dieses Kanals, der sich vor Ort befindet, spricht von der unruhigsten Nacht seit Kriegsausbruch. Das Angriffsziel war neben dem Militärflughafen auch das Stadtzentrum. Er spricht von mehreren Detonationen und von drei Verletzten. Einige ukrainische Quellen bestätigen diese Aussagen. Insgesamt wurden laut dem ukrainischen Generalstab zwei von fünf Marschlugkörper und elf von zwölf Drohnen abgefangen. Falls Sie oder Bekannte vor Ort sind, können Sie mir immer Informationen zusenden. Am besten per Mail, diese finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ich werde verantwortlich mit den Informationen umgehen. Das betrifft im Übrigen auch den Konflikt im Nahen Osten. Wenn Ihnen der Bericht gefallen hat, dann lassen Sie doch gerne einen Daumen nach oben da. Noch mehr würde ich mich über ein Abo auf meinem Kanal freuen. Ich berichte täglich aus der Ukraine und versuche dabei, möglichst neutral zu bleiben. Ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.